So, willkommen zur kleinen Charaktervorstellung. Und zwar spielen wir diese Liga Delve mit der Elementalistin Triple Herald Blade Vortex. Die ist mittlerweile ziemlich bekannt. Baut sich soweit zusammen mit Elementalistin spielen. Ganz wichtig ist die Aszendenz bei den Labyrinth, weil wir sonst nicht die Triple Herald spielen können. Also, wir spielen mit alle drei Heralds und durch die Meisterin der Zwietracht kriegen wir erhöhte Wirkung aller Herolde und verringerte Mana Reservierung von Herolden. Das heißt, wir machen richtig viel Damage und gleichzeitig kann man auch den Skill Eltische Rüstung dazu nehmen, weil wir die Mana Reservierung haben. Also, es gehen sich alle vier Skills aus in dem Fall. Ich kann alle vier Skills zünden gleichzeitig, was normalerweise eben nicht möglich ist. Da ist eben die Aszendenz ganz ganz wichtig. Zeige ich das ganz kurz im Versteck. Es läuft da Herold der Asche, Herold des Eises, Herold des Donners und Arktische Rüstung. Dazu können wir noch für den Damage, Angesgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit den Blitz Goal in der Zwotan. Ich habe ihn jetzt dabei, muss man nicht, kann man aber. Zum Anchargen, ich spiele zum Beispiel jetzt, weil ich mit ein Hand Schild spiele, mit dem Schild ansturm. Wer lieber mit einem Zweihänder oder mit zwei Einhänder spielen will, der nimmt halt den Flammensput. Das geht genauso. Ganz wichtig. Dann als nächstes ist, also ganz wichtig ist das zweite Lavi. Wie gesagt, das ist das Allerwichtigste, dass wir die Mana Reservierung kriegen. Und dann müssen wir uns erstmal am Anfang vom Charakter bauen. Ich habe es so gemacht, ich habe runtergekriegt, bis ich den Klingenwirbel, den Gang gekriegt habe. Auf Fertigkeitendauer, dass der Wirbel länger haltet. Dann auf Leben. Und dann weiter auf Elementarschäden, kritische Trefferschance, ganz wichtig. Überall ein bisschen Leben dazu. Dann Multiplikator, kritische Treffer, wieder kritische Treffer. Also mir ist ein Kritbild, auf jeden Fall. Und dann geht es dann im späteren Verlauf, so ab 70, 75 plus geht es weiter dann Richtung vergrößerter Wirkungsbereich, Flächenschaden, Leben. Wichtigste ist eigentlich, Krit, Zauberschaden und Leben und Wirkungsbereicherung. Die Note mit der Fertigkeitsdauer am Anfang ist ganz wichtig, weil sonst müssen Sie die ganze Zeit nachkasten. Und später kommt noch der Wirkungsbereich dazu. Dann werde ich das noch einmal ganz kurz zeigen. Ist nur, dass wir... Ah, noch was. Ich habe fast was vergessen. Und zwar, ganz wichtig ist auch, also wenn ihr mal ein Sechsling, wenn ihr einen Sechsling habt, ein Zauber Echo, einer der wichtigsten Games, kriegt ihr am Ende von 8.4. Ohne den ist nur noch, machst du einen halben Schaden. Und dann drauf, was ja extrem wichtig ist, die 5, also jetzt bei physisch zu Blitz, 50% des physischen Schadens, unterstützter Fertigkeiten werden in Blitzschaden umgewandelt, also physisch zu Elementarschaden, 50%. Und dann dazu, die Froschkleid-Handschuhe mit Nummer 50%. Und dann haben wir 100% Elementarschaden. Wenn wir dann später Maps spielen, wo ein physischer Schaden reflektiert, interessiert uns überhaupt nicht. Weil wir zu 100% Elementar-Damage fahren. Was ich nur empfehlen kann, ist die Seidenhaube. Weil, soll es doch mal knapp hergehen, verringert die um 50% den Schaden, den wir reinkriegen. Also die kann ich schwer empfehlen, die Maske. Und als optimale Rüstung dann, wäre dann im späteren Verlauf die Impulsars. Momentan um die 150k auswert, ohne Sockel, also nur mit 1-2 Sockel, 6-Link, wäre sie sicher um die 13-14x wert. Ich bin gerade am Bauen, ich habe es leider noch nicht zusammengebracht. Also Sockel und Farben habe ich schon, aber die 6-Link noch nicht. So, jetzt zeige ich mir kurz eine Map, dass ihr seht, wie der Charakter funktioniert. Ist auch egal, was wir spielen. Da, ist eher eine gelbe, machen wir die gleich. Also ganz wichtig ist jetzt für mich auf der Karte, es darf alles oben stehen, außer reflektiert Elementarschaden. Eine Map mit reflektiert Elementarschaden, ist praktisch nicht spielbar mit dem Charakter. Alles andere, Easy-Mod. Jetzt erzähle ich, die Leute wollen die ganze Zeit bei mir was einkaufen. Ich habe da schon ein Video bei uns auf dem Kanal, wie man ganz schnell guten Loot-Kernse farmt. Das dann bei euch hoch, die Leute dann durchgehend eigentlich schreiben, oh, ich will bei dir kaufen, das und das und das. Aber da spricht sein eigenes Video dazu. Das heißt, schnell Krönse farmen. So, jetzt nochmal zu dem Charakter. Klingenwirbel hat bis zu 10 Stacks. Alles was reinrennt, ist einfach instant tot. Das sieht man ja, braucht einfach da nichts machen. Das bisschen der Mana, was wir da zur Verfügung haben, das reicht auch vollkommen aus. Für den Skrill. Samt dem, dass wir 3 Heroide plus die arktische Rüstung laufen haben, oder? Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in eine Gruppe reinlaufe, dann gehen sie instant kaputt. Wenn ich jetzt die Impulse, die Rüstung noch hätte, dann würde jetzt zum Beispiel hier oben alles schon tot sein. Weil die Impulse macht das Ganze noch, das weitert das Ganze noch viel stark raus. Also die kann man ganz schwer empfehlen. Die kostet halt gut Krönse, aber für das habe ich ja auch gutes Geld erstellt. Da kann sich eigentlich jeder Krönse in kürzester Zeit farmen. Also es ist locker in einem Tag, ich glaube, wenn ich mich da vier oder fünf Stunden lang damit beschäftigen würde, nur Krönse zum Farmen mit meinem Guide, dann habe ich locker 200 KS. Locker. Also es ist die Rüstung schon drin. Der Kraft für die Rüstung. In ein paar Stunden. Also da ruhig mal reinschauen. So, das ist jetzt eine T3 oder T2, T3. Nein, Monster Stufe 69. Und das ist ja auch in der T5 oder T6, die fallen instant um. Und wenn ich die Impulse habe, dann passiert das ja auf der T12, T13 genauso. Da gehe ich rein und es ist tot. Egal was für Gegner. Und was man schneller vorankern kann, kann man einfach durchchargen. Wenn wir jetzt tote Masse an Gegner haben, kann man da komplett durchchargen. Mit dem Schild an Sturm. So, jetzt machen wir den schnellen Boss kaputt. Was auch noch sehr lustig ist, ist der Wahlklingenwurbel mittlerweile, den es gibt. Der sucht sein Ziel selbst und macht, glaube ich, gut den vierfachen Schaden von dem Klingenwurbel, was es eh selber macht. Also, der ist absolut inbar. Ja gut, das war's schon mal von dem kleinen Guide, was ihr mal gesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch unseren Kanal abonniert. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im Livestream. Tschüss. 구.